und damit herzlich willkommen auf meinem rösten kanal ja leute ist mal wieder zeit für ein kleines bisschen indie horror heute spielen wir zusammen die alpha wenn mich nicht alles horcht von toybox keine ahnung was mich erwartet ich würde sagen wir starten einfach mal ja loading coole grafik ist mit der unity engine gemacht und ich habe keine ahnung was ich hier tun soll wenn hier was klickt sind wir hergekommen habe ich einen flashlight oder als springen bringen kann ich war da was da ging es runter moment Hilfe 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 wo bin ich ein labyrinth da ist was die teile müssen wir glaube ich aufsammeln 15 noch das ist nicht fair das ist nicht fair leute da komme ich gar nicht hoch danke für das gespräch es lacht er lacht wo bin ich da ist was ich bin ganz schlecht in solche sachen ich laufe immer dran vorbei ich hier ich habe gar nicht gesehen so schnell kann ich gar nicht reagieren ich bin doch nicht so gut in so sachen aber bis jetzt gefällt mir das spiel wirklich gut auch wenn es für mich ziemlich schwer ist wie gesagt es ist noch eine alpha da komme ich nicht hoch ich möchte nicht oh 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 wir sind in der sackgasse ja wunderbar und ich höre ihn schon wieder und wir müssen auf jeden fall 20 von diesen teilen hier aufsammeln das ist gemein er kommt von irgendwo her und ich weiß nicht von wo ich weiß nicht von wo und ich bin so schlecht weil ich nie die tasten finde auf diesem scheiß laptop ja ich könnte auch schreien ja ich könnte auch schreien wenn ich wüsste von wo er kommt ich hau einfach mal und up ich hau einfach mal ab vielleicht entkomme ich ihm vielleicht auch nicht ich weiß es nicht oh 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 Du kriegst mich nicht nein nein jetzt kann er mich ich weiß es nein nein ist auf laufen drauf Das Spiel macht richtig Laune. Obwohl es sehr simpel gehalten ist. Aber mir macht Spaß. Ich will doch gar nichts Böses von dir. Oh nein, nein, nein. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Nein! Keine Chance. Keine Chance. Ich hau ab. Nein, nein. Nein, jetzt renne ich schon. Der ist viel schneller, als ich. Mann! Mein Schnitzel. Ähm... Hier eigentlich auch rechts. Nein. Ja, ja. Wird alles gut. Wenn ich wüsste, wie er läuft. Und wo kommt er? Kommt er von hier? Nein! Er hat mich! Er hat mich! Nein! 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 Nicht! 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 Wo bin ich? Wo bin ich? Ich hab die Orientierung verloren, Leute. Oh, da war doch was. Oh, da war doch was. Nein! Besser! Oh! Kinders! Wollen wir einen Schluck trinken hier? Ja! Könnt ihr euch gerne mal selber runterladen? Auch mal probieren. Macht Laune! Ich bin halt noch nicht so dieser Mega-Gamer. Ich funzt mich da erstmal rein, Leute. Früher, wo ich klein war. Als Kind. Noch damals mit dem C64. Kennt das noch jemand? Commodore 64. Das war mein erster Computer. Dann war ich halt immer, wenn überhaupt gespielt habe, auf der Konsole. Playstation immer nur. Und oh! Oh, wie viel Sinn! Es sind mehrere! Es ist unfair! Ich hau ab! Das ist gemein! Ich glaub, das sind zwei Stück. Ja, wie gesagt, ich hab immer auf der Konsole, wenn überhaupt. Und... Ich funzt mich da erstmal rein, mit den... Tastern und... Hast du nicht gesehen? Und... Wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier irgendwo. in der Sarkasse! Darum sei es mir verziehen. Und ich bin hier auch nicht mehr der Jüngste. Da lässt die Reaktion auch ein bisschen nach. Und mein Equipment... Sprich... Mein Spielgerät hier... Mein Laptop... Ist auch hier nicht der Beste. Ich hab ja nicht so ein... High-End-Gaming-Laptop. Vielleicht gibt's ja da draußen jemand... Der das, was ich mach... Mag... Und mich sponsert. Damit ich mir mal... Wollt ja gern auch die... Besseren Spiele... Holland Spiele... Würde ich gern spielen, aber... Das packt halt mein Laptop nicht. Darum muss ich mich... Mit so kleinen Indie-Games... Begnügen. Aber die machen ja auch... Ziemlich Spaß. Aber selbst die packt er nicht immer. Ficke. 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 Ich versteck mich. Es ist zu schwer. Main Menu... Ja, Leute... Gibt es da draußen einen Sponsor... der mich sponsern will? Bitte gerne in die Kommentare schreiben. Hu-hu... Zwinker, Zwinker. das war die Alpha Demo von Toybox, ich hoffe ihr hattet ein kleines bisschen Spaß, schreibt mir gerne in die Kommentare was ihr davon haltet, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es ziemlich schwer ist, diese zwei bösen Jungs ist einfach gemein oder bin ich zu schlecht, I don't know maybe über Daumen nach oben, würde ich mich natürlich sehr freuen man muss ja auch mal das honorieren was ich hier mache, mache mir auch ein bisschen Arbeit suche hier, euch zu unterhalten es liegt an euch traut euch einfach ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten werdet auf meinem Posting-Kanal und bis dann, ich bedanke mich schön bitte, euer Rentner das war Toybox Alpha, ciao Tschüssi das war Toybox das war eine die sich ich Vielen Dank.